Da-da! Er ist in die Ritze rein, er ist in die Ritze von dem Waschbecken. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei der zweiten Folge von Dropper. Oh, jetzt habe ich Cody geschlagen. Mit Cody und Chuck. Hallo. Aua. Ja, hallo. So, wir haben ja in der ersten Folge schon relativ viel geschafft eigentlich. Mal gucken, vielleicht schaffen wir auch die zweite Folge. Die zweite Folge schaffen wir auf jeden Fall. Ja, ich bin mir da nicht sicher, ob wir die überleben. Ich glaube nicht. Okay, das heißt keiner. Warte, ich mach den Checkpoint da hinten auf. Okay, okay. Geht hier ruhig schon mal Tode sammeln. Was ist ein Klo? Ne, wartet auf mich, das ist hammerweit. So als kleine Hilfe für den Stormy vielleicht, falls ihr euch mit der Kamera auskennt, mit dieser Logitech C920 könnt ihr mal ihnen ein bisschen helfen, weil er hat da diese Standbilder, wie ihr vielleicht seht. Bei ihm. Ja. Also ab und zu mal freest einfach mein Bild ein. Genau. Weil ihr da Tipps habt. Hab in die Kommentare. Ja genau. Ich könnte Hilfe kommen. Ich bin hilflos. Eindeutig. Und ab zur nächsten. Einfach runterspringen. Oh, ab ins Klo. Ernsthaft? Du Penner. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Doch, das schaffe ich. Perfekt. Ich bin auf dem Boot gelandet. Ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt chillt mal. Cody chillt. Ab auf die Toilette. Ab auf die Toilette. Ab auf die Toilette. Chill Cody. Nein. Oh verdammt. Cody wird abgespült. Ey. Du auch. Bei dir ist das Problem, du siehst auch noch braun aus. Also. Yay. Ich pass da perfekt rein. Du Scheißstück. Wo wird man denn hier abgespült? Ach da. Oder abgetrieben. Na. So war's doch nicht. Ja. Wir können weitermachen. Die Kiste hat schon jemand? Ja. Nee. Nee. Wo denn? Ich hab sie schon. Du bist der Penner. Der Penner. Er ist so ein Diamantensuchtig. Ja genau. Das sagt. Genau. Das sagt der, der keine hat. Ja genau. Der Arme. Oh. Wieder eine Kiste. Oh Goldäpfel. 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 Ja. Goldäpfel. Und trank der Heilung. Ha. Das ist meiner. Boah. Ich bin erstmal richtig gemein gewesen. Hier kommen wir direkt. Ach hier ist das. Ich mach jetzt den Checkpoint nicht auf. Doch. Hast du doch. Das ist der Checkpoint. Ich mach den nicht auf. Ding. Ich dachte der wäre wieder so weit weg. Echt so. Geh runter. Nein. Ah. Nein. Ich will nicht. Lass mich weg hier. Habt ihr es jetzt. Habt ihr es jetzt. Nein. Gut. Dann können wir ja jetzt weitermachen. Warte ich möchte mir das vorher einmal angucken. Ja ich auch. Und erstmal rennen lassen. Ok. Renn erstmal. Haube einfach. Nein. 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 Au. Nein. Nein. Ich glaube wir müssen ihn nicht spinnen weben. Kann er sein? Nein. Ich glaube auch. Eindeutig nicht. Doch ich glaube schon. Ah. Nein. Nein. Lass mich. Lass mich. Nein. 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 Warte jetzt werde ich messen. Doch Land on the Web steht da. Ja dann. Du Vogel. Er will uns hier verarschen. Verarschen wir das. Wofür eigentlich die Kekse? Wir brauchen gar keine Kekse. Ach so. Ich hab keine Ahnung. Wir haben wir auf Difficulty. Bleib drin. Bleib drin. Ich glaube ich bin in den falschen Spinnenweben gelandet. Besser als Gabi. Ich weiß nicht ob das so geil ist. Jock mal weiter. Mach ich doch. Komm schon da landest du drauf. Nein. From step by step. Aua. Step by step. Step by step. Oh. Ist richtig. Gut dass man sich sofort wieder healed. Seid ihr relativ weit nach unten gesprungen gleich am Anfang? Ich wollte dir die Heif. Auf dieses braune Stück mit diesem. Auf das braune Stück. Ja. Du bist auf Jock gesprungen oder was? Ja. Richtig. Okay. Aua. Aua. Geh weg. Geh weg. Geh du weg. Tschüss. Nein. Gibt's irgendwo Land. Geh weg. Er fliegt einfach an mir vorbei so. Muau. Das war's dann. Jetzt haben wir noch gar zu. Woah. Ach da ist wasser. Ne lads. Wieso haust du mich eigentlich runter? Hättest du nicht Cody mal runterhauen können? Der hat weniger fails als ihr. Der sehe ich die. Der sehe ich nie sagt er. ist so erst mal ich will nicht wo muss man denn danach weiter nach unten ja einfach nach unten ach da geht es weiter ich jetzt einfach raus ist ein Wohnzimmer hier kommt man nach unten und dann schaut man nach oben ich bin bei kommt man nach unten ich bin bei und ne Küche macht sieht richtig toll aus das ist ne Küche ist kein Wohnzimmer ja der Mann wo geht es hier weiter ach so ok wo müssen wir dann ach da hinten auch wieder rein ok alles klar nach hinten er ist in die Ritze rein er ist in die Ritze von dem Waschbecken ich wollte in die Ritze aber die Ritze wollte mich nicht ich guck dir so lange zu machen wir mal den Kino-Modus hier so jetzt im Speedrun ich bin im Wasser ich bin im Wasser ich bin im Wasser jetzt muss ich in die Ritze richtig ja ok ab in die Ritze ab in die nächste Ritze ja und 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 auf den Toaster ich hab's geschafft ja gut aufs Brot und dann runter oh oh yeah cool aus ne sieht aber echt cool aus ja der Boden erinnert mich an irgendwas ich will auch ne Küche in der Größe ja ja auch so ein großes Toast ja da ist er nie satt von ja wärst du nie satt von das glaub ich aber weniger ach du scheiße ach du scheiße also ich denk mal schon dass man davon satt wird ne ich nicht ne ich ne ich wer will den Checkpoint aufmachen ich nicht brauchen wir den auch wirklich wenn wir unseren Spawny setzen nö eigentlich nicht äh wo muss man hier rein äh Australia ich kann meine Flaschen nicht mehr aus der Hand tun aaaaaaah er ist so ein Arsch ah ok ok da muss man in den Zug ja aber in welchen ja in den zweiten sieht zumindest aus und geschafft ernsthaft also bist du in den kleineren in den ja in den dunklen in den weißen in den weißen in den weißen in den hellen oh ja hast recht ich glaub das war der falsche ich glaub auch oh god oh god oh god ach du heilige hast du geschafft ja gut yay scheiße aber die Kiste hast du schon geleert du Arsch du nicht du hast nen Stick willst mich bedrohen ja hab geschafft geh weiter ouch ich hau ihn mit nem Stick ich steck dir den Stick in den nein bleiben wir nicht da nein nein Nicht. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Lieber nicht sonst, ne? Ich kann nicht teleportiert werden. Das ist aber lecker, glaub ich jetzt. Nee. Cody, wir bleiben einfach für immer hier. Forever alone. Ah, jetzt bin ich oben. Wieso du und ich nicht? Weiß ich. Level 11. Ja, Level 11 schauen. Wie viel gibt's noch mal? 15? Ah, ich bin oben. Ich springe. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Er springt einfach rein. Klar. Ups. Soll ich bei euch allen? Ich glaub ich sollte Wander starten. Und geschafft. So, so, so. Wie oft hast du die Karte schon gespielt? Ähm. Ich hab's auch geschafft. Fuck! Ich seh halt nur alles, ne? Oh, oh, oh. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Hab sie. Ha. Oh. Du kommst ja nicht durch. 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 Fuck ey! Ich kommst ja nicht durch. Ich knall immer auf den Dingsrand. Puss. Puss. Du kommst ja nicht rein. Du kommst ja nicht rein. Aua. Es legt sich richtig. Ich kann dich ja nicht richtig schlagen. Ja! Oh. Glückwunsch. Während wir uns hier die Karte einschlagen. Nein. Ich wollte dich ins Wasser haben. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ge weg. Natürlich freu ich mich. Verträgt sich Schokolade und Wasser eigentlich? Ja, eindeutig. So langs kaltes Wasser? Ja, stimmt. Es laggt. Ja, es laggt. Es ist jetzt. Ja. Ich kann nichts mehr hauen. Zur nächsten Folge eventuell mal die Serena starten. Ich denke. Also ich kann euch nicht mehr hauen. Ihr steht hier einfach nur in der Ecke. Ja, ich bin schon oben. Und ihr seid unten. Nee, bei uns stehst du noch hier unten. Ja. Oh, jetzt sind die Schläge auch angekommen. Ja, jetzt hast du mich gehauen. Hat sich wieder gefangen. Drei Stunden. Wer setzt das denn nun mal auf schönes Wetter? Ich glaub, das macht der Knopf hier automatisch. Boah, ich bin oben. Level 12. Der Tod. Lass mich doch hoch! Also erstmal... Vielleicht sollte der eine nach hoch und die anderen werden dann teleportiert. Wer weiß. Aua. Es laggt einfach zu sehr. Es laggt einfach zu sehr. Egal. Nein, noch nee. Oh. Okay. Hinter. Chuck steht da unten, aber der Block geht nicht auf. Hahaha. Okay, tschüss. Ähm. Ah. Tschüss. Do it. Moment. Ja, wenn der Block mal aufgehen würde. Das geht Step by Step hier. Sicher? Das ist... Ja, das ist äh... Auch mit einem Goldapfel sollte das eigentlich recht einfach sein. Ich glaub, man kann auch da im einen Zug runterfallen. Aber... Hast du einen Zug? Hahaha. Ah. Ja. Gibt's hier auch falsche Wege? Kann das sein? Wahrscheinlich. Also ich kann jetzt direkt von hier da runter. Ah, man müsste... Ich spring einfach. Vielleicht schaff ich's ja in die Pfütze. Es lag zu sehr. Ich hab's in die Pfütze geschafft. Das ist aber nur so ein Mini-Goldapfel. Ja, kein OP. Oh. Ich hab den Diamanten. Ich hab den Diamanten. Ich hab den Diamanten. Oh, hier sind auch mal Stenlichkeitstränke. Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. So, ich laufe mal schnell, bevor ihr mich hier runterkickt. Jetzt bin ich ein ganz dünner Weg, einfach nur. Was heißt hier dünn? So einen Block breit. Wow. Jetzt stell mal vor, ich würde da jemand runterhauen. Cody, jetzt spring einfach durch den Brustkorb, runter zwischen die Beine. Er hat am Pischfleck hinterlassen. Meinst du, das schaffe ich? Eindeutig. Wieso wollte ich hochteleportieren? Ich hab den Knopf gedrückt. Achso, ach cool, jetzt seh ich ihn von oben. Cody, hast du's geschafft? Nein. Echt nicht? Oh, guck mal, da können wir ihm von oben zugucken. Nein, du. Dreck, sag du. Nein. Und dennoch nicht mal auf den dünnen Pfad. Ich fall einfach aus der Welt. Sogar zu schlecht dafür. Äh, wo bin ich hier denn jetzt gespawnt? Ich hab hier voll den Bug, ey. Ah, okay, jetzt hat er den Spawn gesetzt. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Cody, wie läuft's bei dir? Level 13, the bedroom. Konzentriert. Oh, ich bist denn du schon. Cheater. Welchen Level? Bei Level 13. What the fuck? Ich will auch. Wartet doch. Auf den schmalen Weg aber auch. Auf den schmalen Weg aber auch den schmalen. Oh, hier sind Tränke der Nachtsicht. Hier doofen Männer, ihr müsst doch auf mich warten. Und direkt heilen. Okay, okay. Oh, geschafft. Kissen habt ihr leer gemacht? Ja, gut. Ja. Ne, dir hier, dich. Na, so ein paar Tränke. Hä? Wie sollen wir nach oben fallen? Brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir, das frage ich mich auch gerade. Wie soll man nach oben fallen? Wenn, unter dir geht er jetzt auf. Nein. Äh, oh. Ah, okay. Ah, das, das sagt schon mehr. Hä, und wo jetzt? Hä? Bei mir fällt. Bei mir, bei mir, bei mir. Achso, ja. Es lag einfach so, wie ich bin jetzt. Ja, Mann. Hä, wohin müssen wir denn jetzt? Ah, okay. Ich glaube, wir machen das lieber in der nächsten Folge. Ich glaube auch, wir sind jetzt schon bei... Wenn wir uns neu starten, wenn wir die Server neu starten. Also kann es sich weitergehen. Ah, hier seid ihr alle. Oh, jetzt fühle ich mich auch nicht mehr alleine zum Glück. Schau für die Weben und die Weine, folgen die Pumpkins. Achso, okay. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Pumpkins zu suchen. Zu folgen. Achso. Ey. Was bringt denn der... Was hat der mir denn jetzt gegeben? Nachtsicht, okay. Okay, gut, dann. Scheiße. Cody wollte schon cheaten. Warum? Wir wollten, wir wollten einen Folgecut machen. Achso, okay. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wird schon erst mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.